Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Online und ja, neue Eventwoche ist draußen, somit auch das neue Zeitrennen, Observatorium mit einer Zeitwahrgabe von 2 Minuten 4, ich sage mal so, ist ein relativ schwieriges Rennen, drum habe ich jetzt mal, ja, nicht meine übliche Party rausgeholt mit der 34er Lackierung, sondern mal die Stronzo Lackierung und das bedeutet, sie ist voll aufgetunt. Warum spiele ich das Ganze jetzt voll aufgetunt? Ich sage mal so, es ist machbar mit der ungetunten, aber es ist extrem, ja, sage ich mal, nervig zum Fahren, wenn man wirklich dauerhaft Willi machen muss, absetzen Willi, also wirklich dauerhaft und extrem knapp und schwer. Also drum empfehle ich jeden, der sich noch nicht mal vom Level eine Party voll auftunen kann, wird sehr wahrscheinlich auch dieses Rennen eher nicht schaffen, drum nehme ich jetzt gleich mal die getunete Party her, weil für alle anderen ist das wahrscheinlich eher schwer machbar. Auf jeden Fall, ich zeige euch mal, wo wir jetzt hinfahren müssen, wir müssen nämlich hier, ähm, wir müssen hier, warte mal, wir müssen hierher müssen wir, aber ich setze das mal, ich setze das einfach mal hierher den Punkt und dann ist hier ein Zaun und durch den Zaun können wir einfach durchbrettern und, ja, direkt ins Ziel rein, das ist kein Problem. Hier an, äh, dieser Stelle hier, da kürzen wir hier minimal ab durch so ein Plakatschild und sonst fahren wir hier diese Route komplett so, wie sie ist, ähm, bis hierher. Also, äh, diese normale Strecke, so wie es hier aufgezeigt wird, dieses Slalom, das ist ja, das ist halt extrem, also, kann man eigentlich gar nicht schaffen, sage ich mal. Wir fahren nämlich dann einfach hier entlang, diesen Weg hier und halten uns dann hier ein bisschen rechts, aber das sieht man sehr gut dann im Video. und dann fahren wir hier entlang, diesen Graben hier und ab hier ungefähr kürzen wir dann hier ein bisschen schräg drauf und dann fahren wir eh die Markierung hier bis ins Ziel. Man kann natürlich auch, äh, an dieser Stelle hier, kann man auch hier, ähm, ja, bis zu dieser Straße fahren und dann hier entlang und dann kann man hier wieder auf, äh, ja, zu dem Flugplatz, dem Rollfeld fahren und hier ein bisschen abkürzen, aber das ist im Prinzip, ja, irrelevant ist eigentlich, beide Strecken sind eigentlich gleich schnell, also, äh, lohnt sich nicht wirklich, ne, also, man kann es machen, wer Spaß hat, aber ich zeige auf jedenfalls diese Route her und das halt viel gemütlicher zu fahren, ne. Dann würde ich sagen, dann starten wir jetzt hier einfach mal einmal rein hier und, ja, wie gesagt, mit der ungetunten Party kann man es schaffen, so, ja, das ist halt so, ja, auf die Sekunde halt, so haarscharf, dass man es halt schafft, mit der, ähm, getunten Party bin ich meistens so um die 6 Sekunden Restzeit, mach aber auch dennoch Willi, also, Willi muss man dennoch machen, ne. Also, wir starten jetzt hier mal rein, 3, 2, 1, und ready to go. Ich ziehe hier gleich mal mit dem Willi weg und ziehe hier nochmal mit dem Willi. Hier jetzt gleich ein bisschen rechts halten, ja, genau, die Fußgänger ausweichen und jetzt fahren wir dann rechts runter, also, jetzt geht es hier rechts runter und, ja, ich glaube, das kennt man eh von dem, äh, da gibt es auch ein Rennen. Jetzt springen wir hier einfach über die Straße drüber, ganz normal, ohne nach vorne lehnen, ohne nach hinten lehnen und jetzt geht es hier einfach entlang, man zieht, ja, ich sage mal so, man kommt ja nicht aus, ne. Und immer, immer wieder einen kleinen Willi ziehen, also, wie gesagt, man hat ja ein bisschen Restzeit und jetzt fahren wir dann gleich links, fahren wir jetzt hier einfach irgendwann mal rüber durch das ganze Gebüsch, das war jetzt von mir nicht so optimal gemacht, weil ich so viel gesprungen bin, aber, gut, äh, da kann man sich einfach dann, ja, sich irgendwie halt durchschlängeln, einfach ein bisschen abkürzen, indem man halt schon früher nach links fährt, als bis ganz fort zur Straße. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt fahren wir hier einfach die, ja, die Markierung bis ins Ziel und ich mache halt immer wieder einen Willi, ja, ich mache jetzt Willi, setze ab, mache einen Willi, tue wieder korrigieren und jetzt fahre ich wieder mit dem Willi. Also, man ist wirklich mit dem Willi schon wirklich deutlichst schneller, ja. Aber es ist halt nicht so tragisch, wenn man jetzt mal zwei Sekunden nicht mit dem Willi fährt oder so, das ist halt komm nicht wurscht. Mit der ungedunten, da muss man halt, ja, im Prinzip fast durchgehend Willi setzen, da hat man halt schon einen richtigen Willi-Stress, sage ich mal, dass man es halt nur ansatzweise schaffen kann. Und jetzt hier ist es eh relativ leicht, hier auf der Geraden, hier machen wir einfach einen durchgehenden Willi, hier können wir auch schön durch die Autos durchfahren und dann kommen wir vorne eh schon bald zur Abzweigung, wo ich euch dann zeige, wo man, ja, die Kurve ein bisschen schneiden kann und zwar durch dieses Schild hier. Ich gehe kurz vom Gas runter, man kann es auf Vollgas machen, aber daher, wenn man ja die Zeit hat, sage ich mal, gehen wir lieber auf Nummer sicher und gehen kurz vom Gas runter und jetzt braucht man eigentlich auch gar kein Willi mehr machen, weil wir sind, ja, von der Zeit her sind wir sehr gut unterwegs und jetzt einfach hier durch den Zaun durch und fertig. Das war jetzt zwei Minuten zwei. Normalerweise, wenn ich nicht quatsche, brauche ich eine Minute 58. Ich weiß jetzt echt nicht, wo ich vier Sekunden, wo habe ich denn jetzt vier Sekunden verloren? Das ist echt, ja, phänomenal irgendwie, ne? Also, echt erstaunlich. Auf jeden Fall, mit der getunten Barty geht es auf jeden Fall sehr gut. Natürlich auch Halkucha Drag wird natürlich noch schneller sein oder die Shataro ist natürlich auch nochmal besser geeignet. Keine Frage, vor allem wenn sie getunet ist. Aber auf jeden Fall, mit der getunten Barty geht es, sage ich mal, relativ leicht. Übt man es vielleicht fünf, sechs Mal und dann hat man das eigentlich in der Tasche. Lohnt sich auch für die 100.000, muss ich sagen. Aber wie gesagt, jeder, der eine ungetunte Barty hat, ja, ich sage mal, lieber Finger weg von dem Zeitrennen. Es ist extrem schwer. Und ja, wenn man kein schnelleres Motorrad hat, wird man noch nicht so viel GTA gespielt haben. Und daher wird es dann wahrscheinlich eher nicht möglich sein. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne mal einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall immer freuen. Und ja, schreibt mir einen netten Kommentar, wenn ihr Lust habt. Und an der Stelle würde ich jetzt sagen, einfach haut rein, euer Dudzi und ciao.